Darf ich Sie mal fragen, ob Sie mal eben 50.000, 70.000 oder 100.000 Euro übrig hätten? Genau diese Summe bräuchten Sie nämlich, um eine Wärmepumpe einbauen zu lassen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer des Deutschlandkurier. Genau das sieht das neue Gesetz vor. Habeck möchte, dass die Heizungen umgebaut werden. Und ungefähr diese Größenordnungen haben wir. Und das ist wirklich der Schritt, bis 2024 sogar alle Öl- und Gasheizungen verbieten zu lassen in Deutschland. Auch die Nutzung von Holz ist eingeschränkt. Zum Beispiel, wenn Sie einen Kamin haben, ein Feuerholz da verbrennen, dann zählt das nur 10% an als nachhaltige Energie. Große Holzheizungen mit den Meterscheiten oder wo Sie die Hackschnitzel reinpacken, gelten auch nicht mehr als nachhaltig. Und sind somit auch verboten, brauchen Sie trotzdem eine Wärmepumpe. Ich habe im Ausschuss gesagt, dass das ein dramatischer Eingriff in die Eigentumsrechte ist. Warum? Weil eben manche Hausbesitzer, die in ihrem Haus leben als Rentner, sich diesen Umbau gar nicht leisten können. Und auf der anderen Seite nicht vergessen, es gibt ganz viele Kleinwaldbesitzer, die haben ein bisschen Wald, machen dort aber eigenhändig Holz, Scheitholz für die Kaminöfen und können das dann an die Mitbürger im Dorf verkaufen. Die verlieren natürlich da auch ihre Einnahmequelle. Und die Gesamtkosten sind irre. Okay, also wenn ich jetzt mal ausrechne oder wenn ich mir mal die Experten anschaue, die das ausgerechnet haben, wenn das jetzt alles in ganz Deutschland umgebaut wird, dann würde das 2,5 Billionen Euro kosten. 2.500 Milliarden Euro, das ist eine Zahl mit 11 Nullen. Und dass das auch ganz unrealistisch ist, brauchen Sie sich bloß mal anschauen, wenn Sie mal schauen, haben wir überhaupt die Handwerker dafür, haben wir die Herstelle von Wärmepumpen überhaupt da, haben wir überhaupt das Netz, das Stromnetz, um diese ganzen Wärmepumpen dann auch betreuen zu können. Das ist also alles nicht durchdacht und es ist ein Eingriff. Die Bürger werden quasi enteignet. Das kann so nicht weitergehen in Deutschland. Und es kommt ja noch alles nochmal im Deckel schräger bei dieser Ampelkoalition. Es wird ja jetzt auch ein Gesetz verabschiedet von der Bauministerin Klara Geibitz und von Robert Habeck, dass das Heizverhalten überwacht werden kann. Also diese smarte Häuser, smart home und smart Heizung ist nicht so smart und clever, sondern das sind Überwachungsheizungen, Überwachungsanlagen. Man kann genau bei Ihnen reinschauen, ob Sie heute geheizt haben, wie viel Sie geheizt haben und ob Sie vielleicht zu viel heizen, ob Sie sich nicht lieber einen Pullover anziehen sollen. Also ganz massive Eingriffe, das lehnen wir ab. Das müssen wir ablehnen, wenn wir die soziale Komponente in diesem Land berücksichtigen wollen und wenn wir auch mal sehen, dass wir aus Deutschland heraus das Klima sicherlich nicht verändern werden. Bleiben Sie dran. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.